Hallo und herzlich willkommen, wir sprechen heute über die marktüblichen Preise im Jahr 2023 für Foto- und Videografen. Was kann man eigentlich tatsächlich als Fotograf oder Videograf verlangen, wenn man in dieser Branche eben tätig ist? Und bevor wir da eben einsteigen, ist das erste wichtige Thema, was ihr überhaupt verstehen müsst, bevor ihr irgendwelche Preise, bevor ihr überhaupt irgendwas nehmen könnt, ist es, dass ihr von Stunden und Tagessätzen wegkommen müsst. Ich weiß, ich stelle mich da sehr quer in der Branche und viele halten mich dafür verrückt möglicherweise, aber ich werde dir jetzt mal kurz erklären, warum Stunden und Tagessätze völlig lost sind und warum du damit letzten Endes aufhören solltest. Denn was du machen solltest, ist es einfach so, dass du ein Ergebnis verkaufen solltest. Das magst du vielleicht schon gehört haben, vielleicht aber noch nicht 100% verstanden haben. Und deswegen werde ich dir das Ganze jetzt einfach mal versuchen zu erklären, warum das Ganze so viel sinnvoller ist und warum du das unbedingt auch auf dein Business übertragen solltest, damit du es auch mal schaffst, wirklich hochpreisig in den Markt zu gehen und es damit auch dann schaffst, eben auch fünfstellige Monatsumsätze zu erzielen. Wir machen das Ganze beispielhaft. Beispielhaft anhand eines Testimonial-Videos. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Testimonial-Video ist, das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt einen meiner Coaching-Teilnehmer begleitet habe, der auf einmal dann erzählt, er hat 10.000, 20.000 Euro in einem Monat gemacht durch meine Hilfe und dann davon natürlich berichten möchte. Dann kann es gut sein, dass ich sage, hey, ich habe aber keine Lust, jetzt von München nach Hamburg zu fahren. Ich schicke jemand anderen, ich schicke einen Videografen, der das für mich macht. Dann interviewt er den und dann gibt es da eben eine sehr gute Kundenstimme für mich, die natürlich auch sehr authentisch ist, weil das Ganze im Videoformat gedreht worden ist. Ein Testimonial-Video, wir sagen jetzt einfach zum Beispiel, das kostet 2.000 Euro. Jetzt ist es so, wie bin ich auf diese Berechnung gekommen? Und die meisten von euch, wie gesagt, würden jetzt sagen, oh, der hat da einfach hier, keine Ahnung, der braucht so und so lang und dann würde er so berechnen. Also ich mache mal die Berechnung durch, wie es jetzt wahrscheinlich 95% des Marktes machen würde, die dann sagen, okay, ich bin der First Shooter, also ich bin der Main Shooter, wenn man so sagen kann. Ich brauche 10 Stunden zum Filmen für ein Testimonial-Video, angenommen, ja, ich nehme 100 Euro die Stunde und lande dann bei 1.000 Euro. Dann fürs Editing brauche ich auch nochmal 20 Stunden und brauche dafür ungefähr 50 Euro die Stunde und dann bin ich jetzt bei der Summe von 2.000 Euro. Also 1.000 Euro fürs Filmen, 1.000 Euro fürs Editing. Jetzt ist folgender Punkt, der eben hier eintritt, wenn du weiterhin so verfährst. Denn möglicherweise brauchst du tatsächlich für dein allererstes Testimonial-Video, das du drehst, so lange. Allerdings kann es gut sein, dass wenn du das zum 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 100. Mal gemacht hast, dass du effizienter wirst, dass du immer mehr weißt, wie es funktioniert und dass es immer einfacher fällt für dich. Wenn du jetzt aber weiterhin Stunden- und Tagessätze nimmst, hast du ein Riesenproblem. Weil du schießt dir praktisch ins eigene Bein. Denn das Ding ist, du darfst nicht effizienter werden. Wenn du jetzt nämlich im Editing nicht mehr 20 Stunden benötigst, sondern vielleicht nur noch 5, dann müsstest du ja dem Kunden am Ende einen viel geringeren Preis anbieten. Weil du brauchst ja auf einmal nur noch 5 Stunden und 5 mal 50 sind 250 Euro. Also sind wir bei einer Endsumme von, sagen wir, 1.250. Jetzt ist es aber so, beim Shooten, also beim Videodrehen, bist du auch effizienter geworden, weil du weißt immer, wie du das Setup aufbauen musst, du weißt, welche Lampen du verwendest, du weißt, wie du das Mikrofon einrichtest und so weiter. Und merkst dann so, okay, alles klar, ich brauche auch beim Filmen nicht mehr 10 Stunden, sondern vielleicht nur noch 4 Stunden. Und wenn du jetzt nach Stunden und Tagessätzen, wie gesagt, gehst, wirst du, obwohl du schneller geworden bist, bestraft, weil obwohl du schneller und effizienter und besser geworden bist, musst du dem Kunden oder wirst du dem Kunden letzten Endes weniger berechnen, weil du ja schneller geworden bist. Und sich langsamer zu machen bewusst ist halt ein bisschen cringe. Und deswegen kommen wir hier mal zu einem Gegenbeispiel, wie es man richtig machen könnte. Du könntest nämlich sagen, pass auf, ich berechne eben nicht Stunden und Tagessätze, sondern ich gebe dir das Ergebnis, dass du ein Testimonial-Video bekommst. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden engagieren würde und sage, ich brauche ein Testimonial-Video, dann ist es mir eigentlich völlig wurscht, ob diese Person dafür 10 Tage, 20 Tage, 30 Tage braucht oder was auch immer. Aber es wäre mir doch lieber, wenn diese Person nur einen Tag braucht, wenn ich das Ergebnis gestern bekomme, weil ich will das Ergebnis haben und nicht wissen, wie lange er dafür braucht. Das ist mir doch egal. Wenn du also immer weiterhin mit Stunden und Tagessätzen arbeitest, das ist null skalierfähig und wirst du, wird einfach sehr schwer fallen. Das will ich dir mal beispielhaft hier vormachen. Ja, der Videograf A, wie gesagt, der macht ein Testimonial-Video, braucht auch 4 Tage und verlangt 2000 Euro. Und der Videograf B, der verkauft dir ein Ergebnis und sagt, pass auf, du kriegst von mir ein Testimonial-Video und ich belange dafür 3000 Euro. Und wenn wir dieses Beispiel jetzt mal weiter durchdenken, ist es ja so, ganz ehrlich, ein Testimonial-Video zu buchen, ist jetzt vielleicht nicht so sinnvoll, vielleicht buche ich mir direkt drei. Und du kannst ja auch Pakete machen und kannst ja sagen, okay, ein Testimonial-Video, 3000 Euro, drei Testimonial-Videos statt 9000 Euro machst du es für 6000 Euro zum Beispiel, wie es hier eben aufgezeichnet ist oder aufgeführt ist, und fünf Testimonial-Videos für 12.000 Euro. So, das heißt, je mehr du nimmst, umso günstiger wird es halt so ein Mengenrabatt, wenn man so sagen kann. Wenn du jetzt, aber, wie gesagt, nach diesen Stunden- und Tagessatz-Thematik wieder gehst, wie wir es hier sehen, ja, du nimmst für eine Stunde 100 Euro fürs Shooten und fürs Editing nimmst du 50 Euro pro Stunde, so, dann kann es halt sein, dass wenn bei einem Testimonial-Video nimmst du 2000 Euro und jetzt sagt der Kunde, ich will drei. So, dann sagst du, okay, wenn der drei Stück will, naja, dann brauche ich vielleicht beim Drehen nicht zehn Stunden, sondern zwölf, weil das Setup steht ja schon. Das heißt, ich müsste ja nur noch diese Person wegsetzen und dann eine andere hinsetzen, ja. Und beim Editing, naja, ist jetzt auch nicht so viel mehr Aufwand, weil wenn ich ja dann die Dateien habe und das dann schneide, ja, dann kann ich dem ja jetzt eigentlich nicht 60 Stunden berechnen, ja, weil wenn ein Testimonial-Video 20 Stunden dauert, dann theoretisch wäre das ja drei Stück würden dann 60 Stunden, aber ganz ehrlich, so lange brauche ich eigentlich wirklich nicht, ja. Und ihr wisst, worauf ich hinaus will, am Ende des Tages haben wir dann hier eine Gesamtrechnung, ja, ungefähr, wo wir sagen, beim Drehen zwölf Stunden, beim Editing 40 Stunden und dann haben wir eine Summe von 3.200 Euro. Und wenn wir das eben vergleichen mit dem Angebot von vorhin, wo ich sage, pass auf, ein Testimonial-Video kostet 3.000 Euro und drei Testimonial-Videos kosten eben 6.000 Euro, dann kannst du das einfach viel einfacher staffeln. Du musst es auch nicht rechtfertigen oder irgendwas, sondern sagst, du willst dieses Ergebnis haben, ja, dafür zahlst du Preis X. Und du musst den Kunden nicht rechtfertigen, wieso, weshalb, warum, sondern du sagst, willst du dieses Ergebnis, ja, okay, kostet so die Summe. Und das musst du verstanden haben, das musst du checken. Du musst wegkommen von dieser Stunden- und Tagessatz-Thematik als Foto- und Videograf. So, und weil ich dir das jetzt erklärt habe, ja, können wir auch dann weiter fortfahren, kann ich dir gleich die Preise zeigen, die marktüblichen Preise. Ich muss dir das vorher erklären, weil sonst checkt man das nicht. Aber ich will nochmal zu einem realen Beispiel tatsächlich darauf eingehen, dass so vor kurzem auf Facebook passiert ist. Und das war von jemandem, der dann geschrieben hat, wie gesagt, alles hier zensiert, aber das ist wirklich so passiert. Ich bräuchte mal ein paar Gedanken zur Preisfindung, nicht im Hochzeitsbereich. Dafür gehe ich jetzt mal offen mit Zahlen um, ja. Ich habe im Frühjahr einen Imagefilm für einen Kunden gemacht. Es gab bereits die Ankündigung, dass zum Herbst hinaus das im Frühjahr gedrehte Material noch ein paar 60 Sekünder für Social Media erstellt werden sollen. So, ich habe im Frühjahr den Imagefilm gedreht für 2.450 Euro netto, was übrigens ein super Dumpingpreis ist, aber das war sich, glaube ich, diese Person auch bewusst, ja. Das war aber nicht mehr Budget da und so weiter und so fort. Und jetzt kam die konkrete Anfrage nach zwei oder drei 60 Sekünder und meinen Preisvorstellungen dazu. So, das heißt, der Imagefilm 2.450 Euro. Jetzt kommt der Auftraggeber und sagt, ich will drei 60 Sekünder noch haben aus dem vorhandenen Rohmaterial, das wir gedreht haben. Jetzt hat derjenige aber geschrieben, es handelt sich dabei nur um einen Schnitt vom bereits vorhandenen Material. Auf meiner Rechnung im Frühjahr hatte ich einen Tagessatz von 350 Euro als Cutter berechnet. Tada! In der Zeit würde ich den reinen Schnittaufwand natürlich schaffen. Also in dieser Zeit von einem Tag schafft er es natürlich, drei 60 Sekünder zu machen. Allerdings kommt mir das zu wenig vor für drei 60 Sekünder. Wie würdet ihr das jetzt kalkulieren? Und hier ist eben genau der Preis oder dieser Fehler, den man gemacht hat, dass man gesagt hat, ja, fürs Editing, also ein Tagessatz, Editing kostet bei mir 350 Euro. So, und dann hast du jetzt auf einmal diese Thematik, ja, scheiße, weil ich nach dieser Stunden- und Tagessatz-Thematik gegangen bin, habe ich nur das Problem, dass mein Kunde mir nicht abkaufen wird. Letzten Endes, dass ich sage, okay, für diese drei 60 Sekünder, da berechne ich dir jetzt 2000 Euro. Warum? Du brauchst doch nur für, du musst doch nicht shooten, du musst doch nur Editing machen. Und das ist eben eines der weiteren großen Probleme. Generell auch, wenn ihr, das macht mir diese Stunden- und Tagessatz-Thematik, ja, und dann sagt, ja, mein Second-Shooter, der benötigt so und so viel, was auch immer, dann kommt doch der Kunde und streicht dem Angebot Sachen an. So, nee, den braucht man nicht. Ah, der kann nur den halben Tag kommen. Ach, Second-Shooter komplett raus. Drohne extra berechnet? Nee, nee, brauchen wir auch nicht. Komm. Also wenn ihr anfangt, da jeden Punkt aufzulisten, ja, habt ihr mehr Probleme, als dass ihr am Ende des Tages einen Vorteil daraus zieht. Und lasst euch da nichts von vor allem alteingesessenen Foto- und Videografen einreden, weil die werden euch das Gegenteil erzählen, das weiß ich, weil die es seit 100 Jahren so machen, aber fragt mal nach deren Umsatzzahlen. Glaubt mir, die sind nicht gut. So, sagt keiner hier draußen im Markt, das weiß ich, aber es ist so, ich telefoniere mit diesen Leuten, die erzählen mir das. So, entweder kam das jetzt arrogant rüber oder lustig, aber wir machen weiter. Was ist dafür denn dann die Lösung? Und die Lösung ist es, dass du statt Tagessätzen musst du einfach lernen, ein Ergebnis zu verkaufen. Und das musst du unbedingt lernen und verstehen. Und wir gehen das jetzt auch wieder hier beispielhaft mit Testimonial-Videos durch. Wenn wir bei diesem Thema Testimonial-Videos sind, dann ist es einfach so, ihr müsst dem Kunden ein Ergebnis verkaufen in der Hinsicht, dass ihr ihm sagt, guck mal, wenn du dieses Testimonial-Video buchst, dann ist es einfach so, wir schaffen dadurch mehr Vertrauen zum Kunden. Wir schaffen dadurch, dass deine Vertriebler oder du selbst es leichter im Verkauf hast. Wir schaffen dadurch, dass du mehr Bewerbungen erzielst. Wir schaffen es dadurch, dass du praktisch weniger Einwandbehandlung in den Sales-Calls machen musst. Und das ist so, weil nach diesem Video kann es gut sein, dass du unter diesem Video meine Testimonials anschaust, die ich mit meinen Teilnehmern geführt habe. Und dass es dann bei mir genauso der Punkt ist, dass ich sage, okay, wenn sich hier jemand zum Beispiel einträgt für ein kostenloses Beratungsgespräch und dann tatsächlich auch bei mir so ein Coaching machen möchte, dass ich dann weniger Einwandbehandlung in Sales-Call machen muss, weil praktisch schon der Trust, das Vertrauen da ist durch diese Testimonial-Videos. Und deswegen möchte ich solche Testimonial-Videos natürlich auch weiterhin machen, weil ich einfach weiß, okay, das führt letzten Endes zu einer Umsatzsteigerung. Und das musst du verstehen. Mir geht es hier ums Ergebnis. Mir geht es nicht darum, wie lange dieser Videograf oder was auch immer jetzt brauchen würde, um dieses Testimonial-Video zu drehen. Jetzt kommen wir zu den marktüblichen Preisen, die Foto- und Videografen nehmen konnten. Sorry für die lange Erklärung, aber das muss jetzt einfach sein, damit man das auch wirklich versteht. Marktübliche Preise im Jahr 2023, die du nehmen kannst, ja. Für zum Beispiel ein Fotoshooting kannst du was im Bereich von 2.000 bis 5.000 Euro nehmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Branding-Fotos machst oder wenn du eine Werbekampagne shootest, ja, dann ist es einfach so, dass du im Bereich von 2.000 bis 5.000 Euro, genau, an Preis nehmen kannst. Wenn du ein Ergebnis verkaufst, wenn du nicht irgendwelche komischen Stunden und Tagessätze, wie gesagt, verkaufst. Für einen Image-Film, da geht das Ganze ab 7.000 Euro los. Ja, deswegen sage ich auch immer, Leute, die zum Beispiel 5.000 Euro für einen Image-Film nehmen, dann ist das Dumping-Preis. Ja, Image-Filme, Branding-Filme gehen ab 7.000 Euro los. Testimonial-Videos, das Thema hatten wir gerade, da geht es ab 2.000 Euro los. Erklär-Videos, ja, so animierte Erklär-Videos, die ihr zum Beispiel auch auf meiner Webseite findet, ja. Ja, da geht das Ganze eben ab 2.000 Euro los. Meiner hat weitaus mehr gekostet, aber ja, ich weiß, dass es auf jeden Fall ab 2.000 Euro auch geht. Werbe-Videos, ja, zum Beispiel wenn du so Facebook-Ads produzierst oder ähnliches, kann das gut mal ab 7.000 Euro oder auch mehr losgehen. Recruiting-Videos, zum Beispiel so ein Minüter, ja, gehen ab 2.000 Euro los. Da kannst du auch so Staffelpreise nehmen, dass du zum Beispiel sagst, okay, wir machen gleich drei Stück und statt 6.000 Euro nimmst du das dann für 5.000 Euro. Und so Employer-Branding-Filme, was sehr gefragt ist momentan aufgrund von Recruiting-Problemen bei sämtlichen Firmen. Da geht man eben ab 5.000 Euro los, ja. Dann haben wir, das waren die Preise im B2B, jetzt kommen wir zu den Preisen im B2C, das heißt zum Beispiel Hochzeiten. Also das heißt, egal ob du Hochzeitsfotograf bist oder Hochzeitsvideograf bist, da ist, wie gesagt, der Preis im Durchschnitt bei 2.000 Euro. Das heißt, es gibt Leute, die machen es drunter. Es gibt Leute, die machen das auch deutlich drüber, ja. Ich zum Beispiel habe das deutlich drüber gemacht. Aber genau, da ist eben der Punkt, das musst du eben wissen. 2.000 Euro ist so die goldene Mitte, wenn man so sagen kann. Babybauch- und Newborn-Shootings, ja, da gibt es Leute, die nehmen dafür auch weniger als 500 Euro, ist genau dasselbe. Aber in der Regel hast du so bei 500 Euro die goldene Mitte. Ich kenne aber auch Leute, die bis zu 1.000 Euro hoch da gehen. Portrait-Shootings verdienst du auch, sag ich mal, nicht so viel. Nur 100 bis 300 Euro würde ich jetzt nicht so wirklich empfehlen. Ja, liegt jetzt nicht so das große Geld da drin. Und hier sprechen wir von Bruttopreisen, weil wir sind im B2C. Vorher im B2B, hier bei dieser Folie, spreche ich von Nettopreisen. Das heißt, wenn ihr da 7.000 Euro für einen Imagefilm nehmt, dann sind das 7.000 Euro netto. Also Umsatzsteuer kommt oben drauf. Ja, was ich dir auch noch mitgeben möchte, sind sogenannte Upsell-Möglichkeiten. Das ist etwas, was aus meiner Sicht stark vernachlässigt wird von vielen Fotovideografen, aber eigentlich aus meiner Sicht 70% deines Umsatzes ausmachen können, gerade im B2B. Das heißt, angenommen, du hast jemanden die Hochzeit fotografiert oder gefilmt, dann kannst du dieser Person im Nachhinein auch Babyfotos nochmal anbieten. Das heißt, du kannst oder Familienshooting anbieten. Selbst da sind Upsells dann möglich. Genauso wie zum Beispiel, du hast einen Imagefilm gedreht, dann kannst du dieser Person auch noch immer Testimonial-Videos anbieten. Ja, du bist ja in der Lage zu filmen. Genauso wie du hast Brandingfotos gemacht. Du bist auch danach noch immer in der Lage zu filmen, wie man zum Beispiel, du kannst dann ein weiteres Testimonial-Video noch anbieten oder mehrere sogar machen. Ja, es gibt noch andere Sachen, wie zum Beispiel Social-Media-Betreuung. Ja, dass du siehst, okay, deren Facebook- oder Instagram-Accounts oder YouTube-Sachen sind auch total lost. Das könnte man ebenfalls noch anbieten, dass man auch da Hilfestellung gibt. Ja, du kannst Einwände behandeln, du kannst Prozesse erklären, du kannst Retargeting-Ads machen, du kannst für Sonderaktionen bei dem Kunden was machen. Zum Beispiel ist vielleicht möglicherweise bald ein Event, das ansteht, dass man da ein Video, ein Promo-Video macht oder dass man, ja, möglicherweise steht ein Webinar an, dass man führen möchte, dass man da eben ein Video auch macht und so weiter und so fort. Also Upsells sind eine sehr, sehr krasse Möglichkeit, um nochmal zusätzlich Umsatz zu generieren aus den bisherigen Bestandskunden und das wollte ich dir noch hier als Bonus gewissermaßen mitgeben. Und wenn du jetzt sagst, hey, das war super interessant, ja, und ja, bisher habe ich das noch nie so gemacht, wie er das gerade erzählt hat, weil klar, jetzt weißt du vielleicht ungefähr, wie man Preise macht oder ein Angebot gestalten soll, aber das reicht natürlich nicht. Ja, die meisten Fotovideografen wissen trotzdem nicht, wie sie konkret an Kunden kommen. Die meisten verlassen sich tatsächlich einfach nur auf Empfehlungen und das ist pures Hoffnungsmarketing. Und deswegen, wenn du dir wirklich ein lukratives Business aufbauen willst, das sich für die nächsten Jahre trägt, das dir auch vielleicht sogar die Selbstständigkeit ermöglicht oder vielleicht sogar deine Umsätze nicht nur bei 10.000 Euro im Monat liegen sollen, sondern bei 20.000 oder 30.000 Euro im Monat, ja, dann trage ich auch gerne auf ein kostenloses Beratungsgespräch ein, wo wir uns dann mal konkret deine Situation anschauen und dann auch beurteilen können, ob wir dir überhaupt helfen können und inwiefern das überhaupt machbar wäre. Und dann, genau, lass uns da gerne mal drüber quatschen, trage ich dazu ein. Und unter diesem Video findest du natürlich einen Button oder geh einfach auf walterweber.de. Ich freue mich auf dich.